Ich habe Gandalf versprochen, dass euch nichts passiert und was ich verspreche, geschieht. Habe ich euch eigentlich schon mein Lied vorgesungen? Ich und mein Holz, ich schade. Holzi, holzi, holz, ja, wir kennen das Lied. Das ist nicht von dir. Schade, und kennt ihr schon alt wie ein Baum? Versäckle uns nicht, der ist auch nicht von dir. Ich wollte euch nur ein paar kleine Anekdoten aus meinem Leben mitgeben und ihr wisst es nicht zu schätzen. Na gut, schieß los. Und es begab sich zu der Zeit, als wir ins das Feuer schufen. Jesus Christbaum war der Herr und Erlöser. Komm Theoden, wir spielen Mensch, ärgere dich nicht, das entspannt uns. So klinge ich doch gar nicht. Und dann wirfelst du einfach drei Sechsen hintereinander. Da kann ich doch nichts für. Ich bin Kriegsstratege. Du hattest nur Glück. Es ist unfair, dass ich gegen dich Penner verliere. Ich, Theodem, habe schon Horcruxe zerstört. Da war Yoda noch eine Puppe und deine Mutter dünn. Mir tut es doch leid. Du bist adoptiert. Das weiß ich doch. Legolas auch. Die Orks kommen. Und die Orbits sind immer noch nicht da. Sie tun ihr Bestes. Du musst dich entscheiden, wie sich dein Leben entwickeln soll. Fällst du endlos in einen Sumpf aus Selbstmitleid. Oder nimmst du einen Enterhaken und ziehst dich heraus. Enterhaken? Du kannst nicht ändern, was die anderen schreiben und mit ihrer Enter-Taste unter dein Instagram-Foto posten. Aber du kannst entscheiden, wie du reagierst. Entflamme deinen Mut und stelle dich außerordentlich mutig Hass-Kommentaren im Internet entgegen. Die kommen bestimmt gleich. Hier bin ich. Orbits. Nein, das ist nur Gandalf. Nein, das ist nur Gandalf. Undankbares Pack. Letztendlich habe ich mich als... Geht das noch lange? Er hatte genug Zeit, sich die Scheiße auszudenken. Da habe ich Steuerverschwendungen enttarnt. Als Mario-Bau-Bart. Das war natürlich im Endeffekt eine riesen Entblößung. Wenn man eine Steuerverschwendung entdeckt, entfesselt man riesen Zuspüren. Bei den Züchern, die aufendlich überdenken, die sich da oben jetzt zweimal. Ob sie Mithril ins Grundwasser mischen. Wirf ihn nicht ins Feuer. Denk an Pippin und Merry. Die fühlen sich doch total nutzlos. Ich war noch nie in Venedig. Also entweder jede Lichtung in diesem Wald sieht gleich aus. Oder wir laufen seit zwei Stunden entschieden im Kreis. Ich frag mal schnell nach dem Weg. Dein Ernst? Entspann dich doch mal. Ich kann es nicht mehr hören. Ich bin gut. 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 Hey Leute. Ich hab kurz ne Frage. Nein, nein. Enttagen hatte ich schon. Aber ich glaube, der kam nicht gut an. Ich bin gut. Ja. Entnervt werde ich mir merken. Hey, ihr zwei. Wie lange sollen das noch dauern? Ich muss noch nach dem Weg fragen. Wo bleiben die gottverdammten Hobbits? Wir brauchen die Hobbits sofort. Verdammt, wo bleiben die Hobbits? Ohne die Hobbits bist du verloren, Harry. Die Hobbits sind die mächtigsten Wesen der Welt, ohne die sie ins Dunkel stürzt und aus dem Gleichgewicht gerät. Halt's Maul, Edward. Wechselkurs von Borg in MySpace-Root haben. Ey, krass, wir haben gewonnen. Ende gut, alles gut. Ich hau dir aufs Maul. Aufs Maul hau ich dir. Ich hoffe, allen geht's gut. Alle bis auf die Elben, oder? Alter, Baumbart. Äh. Aber das Saueren, der Feind ist, hast du schon mitbekommen, ja? Äh. 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 Äh.